Shit, warum sagst du nichts von deinem Ex hier ist? Sie ist doch gerade erst gekommen, woher soll ich das wissen? Adrian, wir müssen reden. Ich will, dass du unsere Bilder auf deinem Insta löscht. Das ist nur eins und das ist das Einzige, was ich hochgeladen habe. Genau das macht das ja so komisch, das wirkt wie ein Couple-Account. Nein, das ist doch Quatsch. Dein Profilbild sind wir beide. Ja, aber es ist super klein. Du hast mich sogar noch in deiner Bio verlinkt, mit einem Herz. Ja, aber ich habe auch das Trennungsdatum reingeschrieben. Das ist ja mega weird, es wirkt als wären wir tot. Ist es die Beziehung nicht auch? Du hast mich sogar noch als Hintergrundbild.